Manna-Eiscreme in der Waffeltüte. Nach dem Manna-Eis im Becher kommt jetzt das Manna-Eis in der Waffel. Ich bin gespannt, ob dieses geswölte Manna-Eis was kann, denn das im Becher fand ich ganz lecker. Mal schauen, ob das auch so ist. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspein habt ihr es schon gesehen. Wir testen Manna-Eis in der Waffel. Da freue ich mich sehr drauf, denn das Manna-Eis im Becher fand ich wirklich lecker, hat man aber gar nicht so viel im Supermarkt gefunden. Was ich sehr, sehr schade fand, denn es war wirklich ein leckeres Haselnuss-Eis. Es hat wirklich lecker geschmeckt, fand ich. Es war ein simpel, einfaches Eis natürlich, kein Mega-Wow, aber trotzdem lecker. Kann ich gerne über mir nochmal einblenden, den Test. Haben wir ja letztes Jahr gemacht. Ich fand es gut. Aber jetzt gibt es das zusätzlich in der Waffel. Ganz wichtiges Wort, das im Becher soll nämlich im Handel bleiben. Es wird das aber in der Waffel zusätzlich geben. So schreibt es der Deutsche Milchkontor auf seiner Website. Wenn wir schon mal dabei sind, ich habe das Eis zugeschickt bekommen vom Deutschen Milchkontor. Darum steht hier oben Werbung-PR-Paket. Das ist ein Pressepaket, das ich hier bekommen habe vom Deutschen Milchkontor. Ich darf das Eis also privat für mich probieren, kann darüber urteilen und darüber schreiben oder halt auch ein Video zu machen, so wie ich möchte. Ich erhalte aber hier keine Geldleistung oder Sonstiges dafür. Ich kann sagen, was ich will. Es gilt mir einfach nur darum, die möchten, dass ich es gerne einfach probieren kann. Ja, bin ich gespannt drauf, was das Eis kann. Denn ihr bekommt hier 400, äh 400, passt da auch ungefähr, aber passt da nicht. Ihr bekommt 4 mal 125 Milliliter. Das sind dann 500 ml am Ende. Aber es hat dann nur 4 mal 73 Gramm. Das heißt also 229 Gramm hat das Eis. Da ist also ein bisschen Lufteinschlag drin. Ist zu erwarten. Habe ich auch nicht anders mit der Ware gerechnet. Und preislich kann ich es euch nicht sagen. Ich habe nämlich leider keine Info bekommen zum Verkaufspreis. Ich gehe mal davon aus, dass es sich zwischen 3,49 bis 4,79 Euro bewegen wird. Ich habe leider keine UVP. Ich habe es leider auch nicht online gefunden, wie die UVP ist. Ist jetzt so. Ihr geht ungefähr von dieser Preisklasse aus. Ihr seht es am Ende im Supermarkt. Aber es geht ja haupt vielmehr um den Geschmack. Nicht unbedingt nur um den Preis. Natürlich ist der Preis eine Relevanz, wenn es am Ende nicht schmeckt. Aber wir gucken einfach mal, was ich gleich am Ende dazu noch sage. Ja, ha, ha, auch schön. Ich habe gerade irgendwas gelesen und dachte mir, ha, Zutaten, Nährwerte wollte ich eigentlich sagen. Und jetzt können wir weitermachen. Es geht nämlich, ha, darum habe ich auch mal gesagt, weil ich Haselnuss gelesen habe. Jetzt weiß es wieder. Direkt wieder vergessen und selber drüber gelacht. Naja, Haselnuss-Eiscreme mit Eiscreme mit Sahne, 28% kakaohaltiger Fettglasur mit Haselnuss-Kurkant und in einer Waffeltüte. Ist mit Zucker, ein drahmter Milch. Dann kommt aber auch Sahne, Weizenmehl, Molkerzeugnis. Dann kommen aber auch pflanzliche Fette, darunter leider auch Kokospalmen und Palmkernöl. Auf Palmfett hätte ich jetzt gerne ein bisschen noch verzichtet, aber so ist es jetzt leider. Glucose, Fructose, Sirup, Haselnüsse. Fliegen wir da mal schnell drüber. Stabilisatoren, Johannesbrotkärmehl, Karamellsirup, Speisesalz. Ist an sich okay, bis auf diese Palmöl-Geschichte. Also es ist immer noch ein Industrie-Eis. Es ist jetzt nicht für Gelato, handgemacht und, nee. Also ja, handgemacht ist es auch in deiner Art und Weise, aber es ist jetzt nicht das Hochwertigste von Hochwertigsten. Ihr habt dann 329 Kalorien auf 100 Gramm. Auf ein Eis selber gesehen 240 Kalorien. Davon sind dann 29 Gramm Zucker, auf ein Eis 21 Gramm Zucker und die restlichen Zutaten der Wette seht ihr ja. Joa, vier Stück sind hier drin und ich hole das jetzt mal raus aus dem Gefrierer. Denn die Packung habe ich natürlich schon ausgeleert. Und dann zeige ich euch das einmal in der Nahaufnahme. Einmal, wie es so ausschaut natürlich. Dann schneide ich es wieder einmal mit dem Messer genau in der Mitte, also fast in der Mitte durch. Genau die Mitte wird wieder nicht klappen. Dann könnt ihr es nämlich einmal sehen, wie es von innen aus ausschaut. Und dann werden wir es natürlich probieren. Und hier ist es jetzt, das Mannereis. Ja, so schaut es aus in der Waffel. Also klassische Waffel. Dann kommen hier diese Schichten aus dieser Fettglasur, Milch, dem verschiedenen oder Sahneeis und dann nochmal das Haselnusseis. Also es ist so ein bisschen geswürlt. Sieht man von oben noch ein bisschen besser, dass das wirklich so ein gedrehter Swirl ist. Und natürlich schön Haselnusskrokant. Und das Eis schnappe ich mir jetzt nochmal und schneide das mal gezielt in der Mitte für euch durch. Und so schaut es jetzt einmal durchgeschnitten aus. Ja, dann sehen wir, dass oben gar nicht so viel von diesem Milcheis ist. Es ist hauptsächlich wirklich dieses Haselnusseis. Dann sehen wir unten so einen gleichen Kakaokern. Da hat der Schnitt nicht mehr ganz gut geklappt, aber der ist halt klassisch. Und oben seht ihr dann halt diese Krokantstücke, die da ein bisschen in dieser Fettglasur rumknuspern. Ja, mehr ist es nicht. Das ist das ganze Mannereis. Ja, einmal halbiert, einmal als Ganzes. Und jetzt werden wir es probieren. Ich bin gespannt, ob das schmeckt, wenn es in der Waffel ist. Genauso lecker wie im Becher. Also, auf ins Probieren, dieser halben Mannereiswaffel. Die andere ist jetzt mal mit 4er, nicht, dass mir die wegschmilzt. Und ich bin jetzt mal wirklich gespannt, ob das was kann vom Geruch. Es riecht schön nach Haselnuss, muss man sagen. Es hat einen richtig schönen Haselnussgeruch. Es ist ein typischer Manner-Haselnussgeruch. Es sieht nicht schlecht aus. Mal gucken. Ich beiße mal von oben ab. Wir beißen uns jetzt also nach und nach mal durch. Knuspert auf jeden Fall gut. Und da ist schon ordentliche Haselnussherbe auch drin. Erstaunlich, dass es so warm draußen ist. Und auch hier drin. Und das Eis nicht so matschig schon ist. Es hält relativ gut die Konsistenz. Könnte natürlich auch ein Bindungsmittel liegen. War ja, glaube ich, ein bisschen was drin. Was war ja das Bindungsmittel drin? Stabilisatoren. Ja, ein Worker-Mehl und Johannesbrot-Kern-Mehl ist mit drin. Aber nicht so viel. Aber scheint ordentlich mit der Sahne auch drin zu sein, um die Stabilität zu halten. Was kriegst du mit Pflanzenfett alleine nicht hin? Pflanzenfett würde ja schmelzen. Viel schneller als Milch und Sahne. Aber solide. Waffel knusprig, Eis, schön haselnussig. Du hast so ein paar Schichten, die schön knacken. Es hat diesen Manna-Touch. Nicht ganz, also nicht ganz Manna, vielleicht ein Tick zu haselnussig für Manna. Aber es geht in die Richtung. Ich finde das, glaube ich, im Becher noch so einen kleinen Ticken geiler. Also das Becher-Eis. Ich finde es noch so ein bisschen runder. Das hier ist aber auch lecker. Es ist halt so ein leckeres Haselnuss-Kurkant-Eis. Also Haselnuss und Haselnuss-Kurkant-Eis. Es schmeckt einfach. Ich liebe auch Haselnuss-Kurkant. Ich bin da ein riesen Fan von. Das kann man auf jeden Fall machen. Also ich finde es gut. Es kommt am Ende wieder auf den Preis an, wie viel hier vier Stück kosten. Also so, wie gesagt, 3,79 fände ich noch okay. Wenn es aber drüber geht, puh, dann ist es wieder so ein bisschen weiter jetzt nicht. Ich weiß, dass die Preise momentan ja überall höher gehen. Aber hier sind es wenigstens noch 73 Gramm und 125 ml. Wir haben das jetzt ja schon bei anderen Herstellern gesehen. Die rutschen jetzt schon unter die 100 ml Grenze. Und das Eis hat dann irgendwie nur noch 51 Gramm. Also es ist okay. Am Ende kommt es wirklich auf den Preis an. Es schmeckt ein bisschen nach Manna. So gebe ich trotzdem noch 4 von 5 mit der Tendenz aber eher auf 3,5. Also 4 von 5 trotzdem, weil es ein leckeres Eis ist. Ich würde es mir wieder kaufen. Wenn ich es im Supermarkt sehe, würde ich es wieder mitnehmen und nicht Bock drauf hätte. Weil es lecker schmeckt. Obwohl ich gar nicht so der extreme Haselnuss-Eis-Fan bin. Meine Freundin isst das viel, viel mehr. Die liebt viel mehr Nuss-Eis. Aber sonst ein solides Eis. Und jetzt sehe ich gerade, dass meine Kamera zeigt. Der Akku ist leer. Darum beenden wir jetzt schnell das Video. Ich bin gespannt, wie euch das Eis geschmeckt hat oder schmecken wird. Werdet ihr es ausprobieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Ciao. Euer Bob.